Ich spiele ja hier alles weg, so, jetzt gehen wir mal lieb zu den weissen Frauen. Okay, wir sehen hier. Und danach spülen wir beim Baumstumpf. So, 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 so so. Reward, such beauty, we must reward. Oh, yes, yes, um, perhaps the Amber Orb, as a reward? Yes, our treasure, our most beloved possession. Guard, we must guard, but we must reward. The Amber Orb, yes, we will get the reward. Mhm. Oh, cool. Zu sanft, auch ein Schacht-Frage-Schacht. Anna, you did it. That was amazing. Ah, Schocks. Well, to be completely honest, I kind of cheated. Never mind that. You broke their hold over the Amber Orb after all these years. Yeah. It's, it's unbelievable. Well, I couldn't have done it without your help, Hans. If there's anything I can do for you, something to help your spirit rest. It's, it's strange, but I feel like, like you're already helping me. Hmm? No, no, not me. It's actually an old friend. Oh, is that so? Well, that's good then, I think. It is. I feel at peace now. The reason I came here to this lake. It's so long ago, though. I just remember her reaching to me. Wer das wohl war? Wer das wohl war? Bestimmt nicht mit Absicht. I feel like such a terrible mistake. I, I should never have come here. Hans. But what you're doing, I can't explain it, but it's helping my friend. I know it is. Then let's get this spell done. For Grandpa and for her. Thank you. For everything, Anna. Thank you. Goodbye, Hans. I hope you're at peace now, wherever you are. Uh, oh dear. Have you or have you not seen either of these two? Um, no. No. I have seen no such, um, deviance? Deviance indeed, sir. Of the highest order. Well, second highest. Who, ahem, uh, might a gentleman who's not at all involved, uh, inquire as to what they have done? I cannot say, good citizen, but the order comes direct from the queen herself. Well, queen to be. Bob, what have I told you about this? Once again, we're in the middle of an interrogation, and yet it's all about Bob, isn't it? Well? Yes, you're right. It's not always about Bob. I'm sorry, sir. It's quite alright, Bob. It's been a hard run today. Let's say we put our tensions aside and sample some of this fine establishment's offerings. What say you, good citizen? You will join us, won't you? Oh, uh, but, sirs, I'm not allowed to go in there. Nonsense! A man with a fine mustache is yours? Ha! What pish-posh? Come along now, it's in order. You liked? And just like that, the Visefrauen went down and brought the orb up to me personally. Thrilling. You have the orb anyway, that's all that matters. Well, yes, but, you know that's quite a story, isn't it? Yes, nothing beats a child prattling on while people lay cursed and waiting. Oh, yes. Yes, I'm sorry. That is but one item, child. Don't get too excited. There's still a way to go. Hmm. What did you say about the rose? An enchanted rose. The two rose that a dragon wanted. You should go? I bet you... Um, yes. Okay. Ah, yes. Ah, yes. Oh. Die... Bioline ist weg. Deshalb... habe ich ja gespeichert. Um jetzt zu laden. Pass auf. Ach, ich habe hier die Geige noch nicht genommen. Warte, wir bespringen ganze Fix. Zack. Upsala. So. Jetzt alte Geige hin. Und jetzt gehen. So. Äh, und zwar... Wollte ich ja... Hier noch spielen. Ich dachte aber, das könnte man danach noch machen. Nein. Es ist nur ein Ort, wo ich das gehen muss und spielen muss. Okay. Das geht nicht. Gut. Dann haben wir das ausprobiert. Sehr schön. So. Und jetzt. Äh... Hm. Jetzt ist es doof, weil wir müssen... Gucken wir mal, was die Ritter hier machen. Oh, hi Ben. Ich wusste nicht... Oh. Und dann... Der schweigende Thief wurde und sagte... Uh oh. Oh, liebe. Wie seht der Niederländer. Oh. Sie sind den. Oh. 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 Ah. An, ah, an innocent turned mine who isn't Anna-the-Wanted-Girl. Ah, y-yes. Hello, mister. Who is a normal friend of mine and not a bear. There is a young girl wanted in the area that looks just like you. Oh, like me? But I'm just a completely innocent girl. An innocent, not guilty girl, you say? No. Du hast nicht gesehen, dass du eine Frau verletzt hast, hast du? Wir können nicht irgendwo finden. Die gleiche Jahre wie ein Behrfellow für eine Freundin. Es ist ziemlich schwer, ich denke. Oh, ja, ja, ich denke auch so. Nein, definitiv kein Behrfrauen. Haha, eine Freundin für eine Behr. Wie strange. Strange, aber gefährlich. Also, wenn du siehst, du siehst? Jetzt, wo ich bin? Ah, verdammt, ich weiß nicht. Hm. Ich dachte immer, dass die Reichweite, die... ...dasschig? Heroisch? Oder sogar ein bisschen... In Zeiten von gefährlichen Kindern und Behrfrauen, ich muss sagen, es ist gut, dass du immer so einen Behrfrauen findest. Achtung zu dir, Herr Herr. Ein bisschen weniger Behrfrau. So far they don't suspect me. But I don't want to try my luck any further. Are you okay? Be... Uh... Yes. Be... Uh... Be... Björn? Björn! Björn ist mein Name, nicht wahr? Uh... Abba! Er... Abber... Ab... Ab... B? Yes. Yes. Abbie. I am well, Abbie. Good grief! You travelers have peculiar conversations! Do you always quibbel over your own names? Oh yes! Nothing like a good name, Quibbling! Hear, hear. To quibbling. I can't turn down a toast! To quibbling! But yes, yes, I'm fine, thanks. Just hurry. We should get going as soon as possible, I think. Ja. Ist das wegen Hans? Oh. Ja. Hansel, er wurde nahe der Mille. Aber du musst ihn nicht. Es ist zu gefährlich für uns einfacher Leute. Einige Dinge können nicht helfen, Kind. Hass hat seinen Weg in diese witzige Welt. Du wirst die Welt sehen, was es ist, dann sehen. Du wirst sehen, dass es kein Gut ist. Gut, sie sagt, du musst dich das nicht machen. Es gibt viel Schmerz, mehr als ich es nie wusste. Und sogar die Hütung auf der Farbe hat mir nicht geholfen. Aber die Sache ist, es gibt auch Gute. Viele Gute. Und... und... ich werde es dir zeigen. Ich werde deinen Sohn finden, Herr. Ich versuche es. Sicherlich. Wie du sagst, kleiner Junge. Suche jüdliche Innoissance. Ja. Weißt du irgendwas über die Mühle, oder? Ist das das, was in der Mühle? Ich bin sicher davon. Ich habe Hansel gerade da verlassen. Das Ort war gesperrt. Und ich kam zurück. Er war weg. Und der Mühle war alles aufgelöst und festgelegt. Oh, aber... warum hast du ihn da verlassen? Meine Frau, sie... sie hat sich nicht selbst selbst. Und wir waren zu sterben, sie. Und du ihn da verlassen? All on his own? Ich weiß, dass ich falsch gemacht habe. Ich bin nicht stolz. Ich bin ein Fuss. Ich weiß es jetzt, mehr als jemand. Ich möchte ihn zurück. Ich möchte alles richtig machen. Was gut ist es, doch? Eben. Umgesetzt. So. Dann geh mal. Ähm. Eben. Umgesetzt. So. Dann geh mal. Äh. Dreck mal zu. Dann geh mal zuerst. Dann geh mal zuerst zur Familie, ne? So. Können wir jetzt vielleicht klopfen und einfach eintreten. H-hello? Alter, das ist die Wieso die Schrift wohl rot ist? Alter Sitzen, sitzen, sitzen Es ist fast bereit Wo bist du Hansel? Es gibt mehr als nur die Türkei da Was können sie dafür benutzt? Seht ihr das hier? Ich denke der Hebel hier macht das hier auf Schemmel, Stuhl, Schlüssel Ich kann es nicht, die Kirche ist da Nein, auch nicht Nein Du kannst nicht weg Du kannst Äh, äh, weil, äh, 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 dinner Ja Ja Es ist, äh, ruf zu gehen, wenn du in die Kirche bist Nichts Geh ein Seat Sit Sit Es ist fast bereit Mhm Moment Das ist mir Das ist mir Das ist mir leicht gefährlich So Ofen Oh my Was könnte sie für so eine große Furnace brauchen? Außer zu Ah Nein Ich will nicht über das denken I told you dinner is nearly ready I told you to sit I told you to sit